Hm, die müsste man bieten. Naja, das hab ich jetzt mit meinem Freund schon erzählt und das lange ist die Jahre lang, ey. Das ist ja wirklich eine Reihe. Naja, gut, jetzt haben sie wieder so'n Superboss. Ein Superboss. Sieht aus wie so'n Mech-Erends. So'n... ja, Mech. Ich hab' keine Probleme. Man muss den nicht besiegen, ja. Aber irgendwie fordert mich das gerade. Wenn man jetzt hier schon so'n coolen... hat... Guck mal, ich hab' dringend ne Superbelohnung. Keine Münster. Da hat's mich ja wenigstens belohnt. Soll ich hier rein? Sieht so zertretched aus. Gäh! Nimm auch alles mit hier! Ich hab' bestimmt schon fürchtet verpasst. Aber wie viele Herzen brauch' ich denn eigentlich noch? Ein Schliff? Ein Herzbeiß? Oh Mann, ich befürchte echt, ich hab' also was verpasst. So'n Rüst in der Wand. Aber ich weiß es nicht. Wäre das nicht ärgerlich? So. 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 Ich hab' schon mal abgeschopft. Boah, schon 460 Gold haben wir... ...oder hab' ich... Oh! Zu meinen geb' ich euch natürlich nichts ab... ...nicht hier! Ich hab' lieber gar 60! Ja, kann ich mir erst mal vieltolles 체f wieder kaufen? Oh Mann! So, wo haben wir denn jetzt? Die Spitze war doch hier oben, ne? Oder? Ne! Ne! Ich hätte jetzt die ganze Zeit noch so'ner... ...besquatschen Wanda und soll etwas Dingeshaft mitmachen. Das ist schon gefährlich, dieses Teil! Ach, ich mag ja diese Bomben! Ich sollte mir zu Hause auch mal ein paar Anschaften! Boah, jetzt werde ich aber hier ja überspusten dürfen! Äh, die muss ich ja nicht mehr sammeln, das ist Quatsch. Aber jetzt geht's bestimmt zum Boss! Okay! Tadadadadadaaa! Sieht jetzt aus wie vom Commodore 360! Das ist sehr kurz! Oha, was soll ich jetzt machen? Ich muss hier die Sonne nehmen. Soll ich den Schwanz treffen. Äh, oder generell. Weiß ich nicht. Soll ich ihn nehmen? Ja, nein, soll ich ihn nehmen? Ja, nein. Ah, ich bin voll verriert. Hilfe, Hanik. Hanik, ich nehme ihn. Den anderen manchmal lieber weg, nicht, dass ich gleich beide nehme. Panik. Ah, Panik. Das sieht jetzt hier so leicht aus, aber mach doch mal selber, das ist mega schwer. Ich bin gerade wirklich sehr überfordert, weil ich kann nicht wissen, ob er jetzt gerade links hier runterläuft. Also es ist super schon schwer. Und auch dieses Abschiff. Aber ich krieg das hin. Ich bin eine starke Frau. Ich krieg das hin. Hm. Naja, ihr habt ja auch nichts anderes von mir erwartet, wirklich. So, jetzt habe ich mich wieder erwischt. Ohaah. Die Geistschlange warten ihre Läden. Muss ich denn noch was machen, oder? Können wir bitte schneller? Jetzt hat das Schildes abgehren. Ohaah. Also mein Schmetterling hat jetzt nicht viel gebracht. Und mein Glück. Aber verständlich geht ab. Oh, ich bin gleich tot. Das fährt ja echt mehr drauf, weil ich dachte es. Oh mein, also jetzt bin ich vorsichtig. Da hinten bin ich echt vorsichtig rein. Was war das denn, liebe Rekalia? Hä, wieso stehst du nicht? Was muss ich denn machen, verdammt? Was muss ich denn machen? Oh Mann. Ja. Ja. Ja, ich hab die. Na ja. Mein Mund ist zu weit aufzuhören. Nein. Oh nein. Ich hab's nicht verdient. Ach, dass man sich das nicht einschwankern kann. Also ich hab's sofort rausgefangen. Oh nein. Ich schon wieder hier. So sick. Hier. Ja. Je. Endlich. Endlich. Die ist ja großartig. Die Kiste. Der Buben. Ah. Kann ich jetzt nicht erwarten, dass ich sie hier bekomme. Das ist doch gut. Gleich mal testen. Bombe weg. Nee, Bombe, das ist da. Oben. Ach komm, da will ich doch gar nicht hin. Bombe. Cool. Ah, das ist schön, ja. Das ist schön. Kann ich auch so machen. Bombe mit 2 Pfeilen. Naaah. Gibt die leider nicht. Also, oder noch nicht. Oder keine Ahnung, wo der Schraub geht. Und da ist's gut. Und da ist's gut. Wie? Was ist das so? Was ist da unten? Was ist denn da unten? Ja, guck mal, bin ich gut? Oder bin ich gut? Bin ich so gut? Ja, das wäre echt nicht gut. Ach man, ach komm schon! Nicht, wie er meine Mana aufgeladen ist. Ach, das ist aber doof. Also, Konzentratione! Zielen! Schluss, zielen! Schluss! Tito! So, und weiter geht! Okay, das ist schon intensiver als eine Bombe. Eine Bombe muss einfach hochgehen. Sehr schön. Hm? Okay, das ist ja eine große Feuerpfeile, aber... Das muss ich, glaube ich, in einer anderen Richtung... Oder geht das? Kann ich das hier anziehen? Nee. Okay. Okay, ich bin... Aha! Ich hätte jetzt zwei töten die Dinger. Ich krieg hier noch den Feuerstamm? Ich bin so was gibt, meine ich. Aber irgendwas mit Feuer muss man doch noch bekommen. Okay, die kann ich echt nur... ...mit dem Ding kaputt machen. Aber das Ganze scheint ja auch noch nicht Ende zu sein. Oder ich muss nicht später nochmal rein. Vielleicht brauchen wir irgendwas mit dem Feuer. Ja. Oha! Ich hab' ja gar nicht gesehen. Okay, ja, das würde funktionieren. Ja, da hinten auch? So, bin ich gut? Hier auch. So, jetzt... ...wind die doch an, oder? Hm... Das... Hbab´s? Hä? Okay. Ich hab jetzt was vergessen. Sind doch alle an. Bleiben die an. Ich geh einfach mal raus. Boah, mach mal rein. Ne, sind aus. Okay, dachte ich mir. Hm. Versteht ihr das jetzt? Irgendwie? Was? Ich ziehe aber ablegen hier, der Typ. Oh je, die Allergie. Ah. Ah, guck mal. Aha. Okay, jetzt müssen die noch richtig sein, hier die Steine. Zusammen, zusammen. Ähm. Tataaa. Tataaa. Ne, auch gleich. Wunder. Hm. Ähm. Ähm. Äh, ja, das darfst du jetzt nicht so vorgeziehen. Aber ist das mein Geflag? Ja. Ich muss grad sagen, oh, ich fau ja immer zwei Steine. Mhm. Okay. Okay, okay. 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 Momentan hab ich das schon nicht. Ich hab mich mir jetzt mal so weiterhelfen. Ach, das ist so so cool. Okay. Dann komm ich gleich bestimmt in die grüne Tür da hinten rein. Oh, meine Lebensrächte, gut aus. Ich bin kein Geflag. Dämlich. Ach, das wird aber nicht anliegen. Ich bin ein Geflag. Und wenn ich es nicht so freue. Ich habe einen Geflag. Wie sch disposal meinen Geflag. Was macht sehr nett, was ich nur die Geflag. Die Wtober in die Hand. Ach, was ich meine Geflag. Die Geflag, das ist ohne Geflag. 6, 6, 7, 6, 8. Oh, ich rede schon. Oh, nein, nein! Oh nein, 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 laden! Hier sind ja die Bomben, die haben größere... Oh, Trauer! Ich höre doch den Bogen! Mein Schwert mag ich ja gar nicht, das ist ja so nah! Da oben ist hier eine Wand! Wie geht ihr die? Naja, jetzt kann ich, aber jetzt! Haha! Der klaut mir sogar, wie auch ich meine Münzen ziehe! Ist ja gar nicht nett! Kaboom! So, jetzt gibt's hier rein, sehr schön! Eine schöne Kiste für mich! Was hab ich denn da? Aha! Ist das wunderbar! So! Und ein Herz! Ja, Herz kann ich gut brauchen! Jetzt mach mal so ein halbes Herz-Teil! So richtig, könnte ich jetzt immer rein und raus? So? So lange, dass ich das volle Herzen habe, sollte ich ja mal merken! Aber jetzt vom Boss bekomme ich das denn wieder komplett voller! Ich dachte, das war der Boss! Ich muss jetzt nicht, dass jetzt ein Genossen-Boss kommt! Das ist ja wie zwei Dunkeln rein! Ach, jetzt kommt das wieder! Okay! Okay! Das mag ich ja total! Nein, nein, nein! Hier rum! Ach, was mach ich denn? Das ist ein Lausfehler von mir! Ist aber auch nicht so einfach! Einfach! Nein, nein! Nein! Ach, was mach ich denn? Da bin ich? Oh! Okay! Okay! So! Jetzt schaue ich mir die Bahn ab! Nein! Mann! Das war jetzt zwar wichtig, aber... Ich bin halt nicht gelaufen! Ja, das ist manchmal nicht so einfach! Ich mache das mal voller! Voll die Ausrede, ne? So, endlich! Ich habe schon verstanden, wie das ging, aber... Ich konnte das nicht so gut steuern, wie ich das keine wollte, hm? Hm, naja, okay! Ich dachte jetzt, dass ich... So, jetzt kommt hier meine ganze Spinne! Ich mache eh nichts! Also... Ach, nee, ne? Schon wieder... Also, das rät dem... Das mag ich ja gar nicht so was hier! Vor allen Dingen, weil man so schwer laufen kann! Auch wenn echt süß gemacht ist! Und ich jetzt wieder falsch laufe! Ähm... Ähm... Hm... Hm... Jetzt ist es runter hier? Ich kann ja nur hier einbiegen! So... Ja, jetzt habe ich mich versaut! Jetzt habe ich mich versaut! Jetzt habe ich mich versaut! Oh... Ich bin immer gerannt! Warum auch immer! Ähm... Ich gehe hier hin... So... Ja... Das ist doch Mist! Hm... Mann... So... Ich muss jetzt mal komplett ablaufen, würde ich mal sagen! Shit! Naja... Das ist... Ähm... Weihnachten bin ich nicht fertig! Wie peinlich! Ihr habt das bestimmt schon raus! Und ich glaube, hier ist total... ...vervorkstrom! Ich mag sowas nicht! Ähm... Ich mag den Weg gehen! Naja... Der weiß auch nicht! Hm... Das ist doch... Das ist doch... Huuu... Hm... Das sieht schon mal ganz gut aus! Ja, genau! Jetzt fahre ich noch nach Hause! Ähm... Ähm... Ne... Ne, so bitte auch nicht... Die Mitte macht es zu schaffen. Mhm. Hm. Jetzt habe ich was ganz Blödes gemacht. Was ganz Blödes. Ja, was ganz Blödes. Ja, jetzt kann ich vergessen, deswegen geht es ab. Ach, ist das doof. Jetzt habe ich wieder was Blödes gemacht. Oh, Manu. Ach, nie zu mäßig. Ich glaube, ich brech immer kurz ab. Das kann ja nur ewig gehen, ja? Ich komme hier nicht drauf. Sieh auf! Oh, Mann. Sowas ist doch echt furchtbar gerade hier. Bitte. Nein. Was ist das denn? Ich muss irgendwie nach der Hilfe kommen. So, unten darf ich schon mal nicht... Schein. Nein, 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 nein. Ja, jetzt habe ich sie wieder kaputt gemacht. Oh, Mann. Ja, das ist jetzt hier neues... ...an das Zelda... ...das Zelda-Kuddel-Spiel. Echt super. Und vor allem, ich habe das bestimmt schon gelöst. Und ich laufe mir noch rum. Ich mache alles hier kaputt. Gut. Ich habe es geschafft. Wie, 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 warte, nochmal. Hä, wie, 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 wie bin ich da gelaufen? Oh, ich würde gerne rutschen wollen. Mein Video. Nein, wie, 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 wie bin ich da gelaufen? Oh, Mann. Oh, Mann. Wie ist das gelaufen? Wie ist das gelaufen? Das fliegt. Das fliegt. Das fliegt doch nicht. Oh, Mann. Oh. Also ich würde sagen, ich verende ja erstmal das letzte Name, also wenn ich gerade anfange, verende das letzte Name mit dem Slide, dann ist es halt noch spannend, das nächste Mal mit dem Boss, ich gucke mir nochmal an, wie ich gerade gelaufen bin. Okay, jetzt fang ich auch noch an zu hutsen, das ist ein gutes Ende. Ui, guck mal, ich kann mich noch weggeschieben. Ein gutes Ende und ich sag mal Tschüss. Tut mir echt leid. Oh Mann.